Willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego Unterhaltung. Wir bauen gerade das Add-on zu Helm's Clum zu Ende. Den Namen habe ich jetzt allerdings vergessen, weil er ziemlich kompliziert klingt. Weißt du ihn noch? Okay, Armee heißt das offiziell. Armee, okay. Wir nennen es Add-on. Wir sind bei der zweiten und bereits letzten Tüte. Aber das soll uns nicht daran hören. Man kann es ja auch separat hinstellen, aber man kann es eben auch da dran machen. So, dann hole ich euch mal wieder ran. Jetzt spiele ich den Kenta ja schon. Ja, Männchen ist ja wieder dein Part. Männchen mit Umhang sind mein Part, Männchen ohne nicht. Füße, Kopf. Ich bereite den schon. Du bereitest mir. So, Hosen fehlen mir noch. Demnächst macht das die Praktikantin. Die wir noch immer nicht haben. Komm, auch. Ach, hier, Feinbogen. So, dann zusammenstecken. Brauchst du keine Anleitung haben? Das weiß ich noch nicht. Ich brauche dann hierfür schon eine Anleitung. Ja, damit hast du ja immer Probleme. Ja, weil meine Finger so dick sind und ich dann mehr grobmotorisch, was das angeht. Weil dieser Knick widerspricht jegliche Natur in Papier. So, welchen Kopf muss ich jetzt aber auch machen? Das ist auch eine gute Frage. Ja, die sind vom Kopf her ähnlich. Nicht ähnlich. Ähnlich, ja. Ähnlich. Ähnlich ist richtig. Aber eben nicht identisch. So, bekommt der auch. Der bekommt zumindest ein Schild und ein Speer. Ein Speer. Das Speer gibt er mir her. Da ist es genau. Jupp, danke. Jupp. Und da haben wir wieder ein Pferdchen. Sattel hat er schon. Wer kommt da drauf? Bestimmt nicht der mit Umhang. Das kann ich mir nicht vorstellen. Papa, der mit Umhang. Pah. Mein Weltbild wurde zu eben zerstört. Ja, so ist das. Kann mal passieren, oder? Das Weltbild ist leider aber immer oft zerstört. Das Weltbild. Ja. Hast du schon ein Schwert ans Pferd, meine Güte? Ja, das Schwert ist nicht mit Bein. Wie ist nicht mit Bein? Habe ich zu Hause gelassen. Wieso das denn? Ja. Wie die anderen Steine. Genau. Man setzt euch mir das vernünftig hier rein. So, wir können wieder das Spiegelverkehrsbauern machen. Das ist schon mal gut. Ich glaube, der muss hier oben stehen. Ja, ja, der passt doch nicht so. Na gut. Also der passt eigentlich da rein, aber. Ja, nochmal schon. Ja, nee. Tut das, glaube ich, nicht in dem Fall. Ist ja nicht schlimm. Und du hast den Sattelverkehrsbauern. Irgendwas. Kann natürlich sein. Ich natürlich. Ja, sicher ist der Sattelverkehrsbau. Boah, Mensch, es geht an, ey. Deswegen klappt ja auch gar nichts. So, da, sitzt da, steht da und greift an und ist fröhlich. Ja, mein Gott, warum schreien die sonst immer so. Boah, was machst du? Bist du schon wieder ohne mich zu gehen, ne? Ja, du, alles brauche, ne? Ich was, hä? Was soll ich denn sagen? Ja, ich hab das. Ja, ich hab das. Yippie, ja, je. Ja. Das war eine Backe. Wer hat das noch gesagt? Das steht langsam. Habe ich nie gesehen. Trotzdem kenne ich den Spruch. Das ist wirklich merkwürdig. Wahrscheinlich viel zitiert. Ja, auf jeden Fall. Ist ein Spruch, den man kennt. Und jetzt auch vier, fünf Teile mittlerweile, ne? Ja, richtig. Lohnt sich zu gucken. Auf jeden Fall. Ist sehr lustig. Die Hard. Die Hard, genau. Und dann gebe ich dir den, dann gibst du mir meinen. Die Handtude ist nämlich auch nicht auseinandergenommen. Ja, aber die... Die Spitze zeigt nach uns. So. Achso, meinst du das? Ja, ja. Ja, ja. Die Spitze zeigt nach uns. Richtig. Spitzwendigkeiten, ja. Ja. So, das war schon die Seite. Jetzt geht es wieder hier ratzig, fatzig. Viel zu schnell. Ach. Unsere Zuschauer langweilen sich schon. Nein, doch nicht. Weil wir zu schnell sind. Das glaube ich nicht. So, jetzt kommt ein Haufen Gestrüpp und nichts ist da. Doch, ist auch hier. Ja, woher fünf Stück. Ja, was? Keine Angst. Ist da. Keine Angst. Don't be afraid. Ich will nur... Da vergreifst du gerade noch einen. Da kommt noch ein Einer drauf. Siehst du? Deswegen sieht es so komisch aus. So, haben wir. Ein, zwei, drei, vier. Wow. Ja, ist ja mal alles da. Skandal, ne? Echt, in dem Fall. Muss er schon so ausdrücken. Da ist der Zweiter. Vierer und Gründer einer. Ja, ja, ich muss ja... Du rennst mir ja schon wieder... Wo ist der Vierer? Der Vierer, solange... Ich hab den Grün besucht. Der Grün kann solange so... Das stimmt. Das war eine Suggestion. Und wo soll der jetzt hin? Der ist halt auf den Grauen. Zieht man doch. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja, jetzt hat nichts fehlt. Noch einer. Komm, das Finale. Irgendwann muss doch da sein. Warte mal. Hier ist bestimmt der Grüne, der... Was für ein Gemausch, ey, ey. Ja, das passiert. Nein, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch aufgeht. Ja, wieso? Ich habe jetzt Grün mit Graugut auf. Ja, ja, das war logisch. Das kann ja sein, dass wir... Das war jetzt logisch. Wie kommt das denn hier rein? Nein, das ist ein ganz anderes Set, Mann. Ja, aber ich habe die ja... Aber, aber, aber... Zusammen auseinandergebaut. Das war vielleicht ein Fehler. Ich dachte, es wird direkt getrennt, wenn es schon zwei verschiedene Sets sind. Ja, hatte ich ja eigentlich auch. Aber... Ja. Eigentlich, ne? Genau. So, dann kommen wir wieder diese Busche. Grün. Grün, grün, grün. Das sind alle meine Steine. Ja. Hast du ja richtig genommen? Ja. Okay. Ein Bogen. Noch ein Bogen. Ein Bogen. Warte, 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 warte. Das nimmst du auf jeden Fall? Ja, bin ich dabei. Aber das passt gerade nicht. Wieso passt das nicht? Kommt das... Hä? Du hast den... Und wie sagst du, da ist ein grauen Einer drin? Ja, weil der da hin... Achso. Der so... Hä? Ja, ja. Nimm den mal weg. Das war der einfach zu viel. Und deswegen hast du das jetzt getauscht. Wenn das von der Höhe hin passt, passt. Dann haben wir dann immer noch einen grauen. Immer noch einen grauen. Immer noch einen grauen. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Mhm. Mhm. Hier rauf. Jetzt kommen wieder diese Spitzen. Warten. Warten. Der kunde Einer fehlt noch. Ja, ich weiß nur nicht, wohin. Ja, da. Ach, da drauf. Ja. Gott, ich bin total kompust. Wir haben zu viel Lego gebaut heute. Ja, zwei Sätze an einem Tag. Das ist doch mal was. Ich sehe die Steine vor der Steine nicht mehr. Das ist mal was Ungewöhnliches. Ja gut, wobei das ist jetzt wirklich ein kleines. Ja. Das machen wir nebenbei. Deine Seite hast du schon. Okay. Genau. So, ich kann das schon. Ist das fertig? Ja, das ist fertig. Cool. Ich glaube, jetzt fertig. Stimmt. Die kennst du auch noch nicht. Ich kenn's noch nix. Genau. Hier kannst du schon mal in zwei Jahren bauen. Hab ich schon. Hab ich schon, Alter. So, jetzt kommt da jetzt rüber. Kommt genau. So, da hin. Sieht gut aus. Damit die da auch hochkommen. Wohin auch immer. Das müssen wir ja auch noch sehen. Damit führt die Treppe ins Nichts. Die Treppe ins Jenseits. Die Rolltreppe ins Nichts. Die gab's bei Springfield. Ja, stimmt. Die gab's bei Springfield. Stimmt. Und dann alle hoch. Uah. Und dann hast du nie wieder was gehört. Und nichts gesehen. Und wo kommt der jetzt hin? Auf die Ecke, ne? Also hier kommt normalerweise der Gründe, den ich da getauscht hatte. Also tauschen wir es wieder. Tauschen wir es wieder zurück. Auch wenn es normal ein grüner wäre. So, das mag ich so abschließende Dinger. Dann kann hier nichts mehr wegrutschen oder hinfallen. Hm. Das stimmt. Deine Seite. Ja, entschuldige bitte. Ich muss ja erst mal am wenigsten. Weiß der? So. Ich war nur ein Vierer und... Habt ihr die Peitsche gehört? Das tut ganz schön weh. Arsch. Ja. 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 Lass mal so stehen. Komm, das war deine Seite. Das stimmt. Das stimmt. Hat er recht. Ich hab auch noch recht. Nee. Fennig. Mein Gott, dauert das wieder. Das ist immer so die Retro-Kutscher, genau. Ja, natürlich. Wenn du es mir gibst, dann gebe ich es dir auch. So, so muss es passen. Aber ja, so sind wir die besten Kollegen. Wir können uns auch mal die Meinung sagen. Alter, jetzt willst du es mir aber geben, was? Jetzt aber. Bitte, ja. Ja, komischer von mir. So ein Rap-Battle. Hast du noch einen? Nein. Wie, nein? Das. Hä? Warte, oder? Ja, ja, doch. Noch eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Der in der Mitte. Oder wir müssen dir das... Der in der Mitte des... No, der ist auch richtig, eigentlich. Da hatt ich nie ein. Dann lass mal ihn weg. Da hatt ich wirklich nie ein. Er cheatet. Cheetos. Natürlich, klar. So kennt man ihn. So kennt und liebt man mich. Warte mal. Cheetah, cheetah. Ach, hier kommt es. Ein paar Steine sind dann doch auf eine mysteriöse Art und Weise verschwunden. Geht er verschwunden? Naja, hier fehlt was, da fehlt was. Da fehlt doch nichts. Doch, irgendwo hast du eine Lücke gelassen. War so ein flacher Einer fehlt dann. Pssst. War nur gut, das fällt nicht auf, wenn man es nicht weiß. Vor allem... Genau, richtig. Deswegen sage ich ja, pssst. Das macht er immer so. Ja, die müssen ja irgendwo zusammen zu viel sein. Wie gesagt, hohe mal das immer. Was ich nicht sehe, ist nicht umgesetzt. Achso. Auch ein schönes Wort. Also, wenn er über die roten Ampeln fährt, einmal die Augen zu. Wenn er es nicht sieht, ist es nicht umgesetzt. So, okay. Was kommt da hin? Ach ja, die habe ich ja extra dahin getan. Nein, das ist Bullshit. Das fehlt ja noch. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat das doch kein Teil. Ja, und fehlt da. Auch schön gewesen. So, die kommen. Auf welcher Seite? Auf der. Cool. Das ging ja gerade, Mann. So, dann ist das auch fertig. Yeah, der Hinterhalt. Oh. Ach, Munition steht da. Ja, super. Dann machen wir gleich wieder immer so einen kurzen Rundumblick. Und die Zusammenführung. Und die Zusammenführung. Also, bis gleich.